hallo meine lieben freunde und jetzt willkommen zu dieser eine flash light ausgabe heute am dienstag dem 31 august 2021 heute haben wir wieder interessante themen für euch unter anderem rund um einen neuen original anime von netflix und vielen weiteren interessanten themen also lasst uns loslegen der japanische ableger von netflix gab heute über seinen offiziellen twitter account bekannt dass man derzeit an einem neuen anime projekt mit dem titel lady napoleon arbeitet bei der serie handelt sich um einen mix aus fantasy und action in der lady napoleon eine organisation gegründet von napoleons nachfahren sophie um die weltherrschaft kämpft während sie auf der suche nach drei schätzen sind die sich einst in napoleons besitz befanden die original geschichte von shin kibayashi wird unter der regie von inoriaki akitaya im studio seo g umgesetzt und soll eine laufzeit von 13 episoden umfassen lady napoleon ist kibayashis erstes werk in seiner partnerschaft mit netflix auf der offiziellen webseite der anime umsetzung von moshoku tensei jobless reincarnation wurde ein trailer veröffentlicht der erste einblicke in die zweite hälfte der anime serie bietet die zwölfteilige zweite hälfte welche erneut unter der regie von manabu okamoto welche auch die serienkomposition übernimmt im studio bind produziert wird startet am dritten oktober diesen jahres in japan und wird zeitgleich mit wacker name im cinema cast angeboten werden die manga adoption von yuka fujikawa welche hierzulande von panini manga lizenziert wurde wird seit mai 2014 in japan veröffentlicht vor kurzem konnten fans des data live franchises das spin-off data bullet in ausgewählten kinos in deutschland und österreich sich ansehen mittlerweile ist der film auch auf dvd und bluell vorbestellbar die disk fassung wird am 26 november durch anime und publishing auf deutsch und im originalton mit deutschem untertitel veröffentlicht passend zur serie erneut im steel case mit transparenten petto karts schuber und einem exklusiven extra welches zum jetzigen zeitpunkt allerdings noch unbekannt ist der spin-off anime besteht aus zwei episoden die für die deutsche veröffentlichung zu einem film zusammengefasst wurde und entstand unter der regie von chun nagagawa im studio geek toys der streaming dienst wagen im gab am montag bekannt dass die streaming lizenz an der serie love after world domination sich gesichert wurde und im laufe des nächsten jahres im originator mit deutschem untertitel im simulcast zeigen wird love after world domination wird unter der leitung von regisseur katsuya iwata im studio project number nine produziert und handelt von aikawa fudu dem anführer der heldenstaffel genato 5 welche sich für den weltfrieden einsetzt und desumi makahara der lakaienanführer der schulischen organisation geko welche die welt erobern möchte die beiden haben hierbei eine tiefe verbindung die über die grenzen der organisation hinausgeht nhk anime world gab über ihren offiziellen twitter account bekannt dass die anime adoption von to your eternity eine zweite staffel erhalten wird welche im herbst nächsten jahres in japan ausgestrahlt wird wie viele episoden die zweite staffel umfassen wird ist derzeit allerdings noch nicht bekannt auch weitere details wie etwa die mitarbeiter und art der zweiten staffel wurde bislang nicht erwähnt die zwanzigteilige erste staffel von to your eternity wurde unter der regie von masahiko murata im studio brain space produziert bereits vor einigen monaten haben wir euch über die verschiebung der anime adoption von banish from the heroes party i decide to live a great life in the countryside informiert nun wurde durch einen neuen trailer endlich auch ein neuer termin bekannt gegeben die heiß erwartete fantasy serie welche unter der regie von makoto hoshino in den studios fland und wolfsbane entsteht startet dem zur folge am 6 oktober diesen jahres in japan bislang wurde hierzulande der anime noch nicht im simukast angekündigt durch einen eintrag auf der offiziellen webseite der anime adoption von let's make a mug 2 wurde verkündet dass die zweite staffel der comedy serie ab dem ersten oktober diesen jahres im japanischen fernsehen ausgestrahlt wird zudem wurde bekannt dass diese erneut unter der regie von chung kamiya im studio nippon animation produziert wird let's make a mug 2 besteht aus einem animierten sowie einem live action teil die serie erzählt eine coming of age geschichte die in der stadt tachimi in der präfektur gifu spielt der zugrunde liegende kostenlose webmanga wurde 2012 als teil eines projektes zur wiederbelebung der gemeinde von freiwilligen und unternehmen der stadt tachimi gestartet wird die offizielle webseite für den tv anime von tomoki nosumis miyoko chanho komödien manga gab heute bekannt dass der anime am dritten oktober primär haben wird und unter anderem auf atx und tokyo mx ausgestrahlt wird innerhalb des anime sind so aber mir als miko yotsuya kaede hondo als hannah yurikama und ayane sakura als julia nakaido zu hören das war sie die eine flashlight ausgabe für den 31 august 2021 ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja würde ich mich über einen daumen nach oben ein kommentar in der kommentarbox sowie am abo sehr freuen aktiviert auch die glocke um kein video mehr dann zu verpassen wir sehen uns dann wieder am 2. september bis dahin macht's nicht gut macht's besser dann bleibt es euch gefallen wenn uns mal am槌inget один geht wenn ihr werdet habt 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 es geht ab und da war ließ dann bleibt es euch also seht ihr euch gefällt mir nicht ganz ließ sie und meinet sind die langs jaman schon war sie in der neige wirklich die blanchen die blanchen du Vielen Dank.